Ich finde es sehr wichtig, dass wir jetzt endlich Deutschland digitalisieren. Noch mehr. Wir sind europaweit einfach sehr hinten dran und da muss es einfacher werden, auch für Unternehmen Anträge digital zu erstellen und auch aufzubewahren. Und daher denke ich, ist das ein ganz großes Problem, was ganz dringend jetzt angegangen werden muss.